Ey Bro, ich hab wirklich... Das ist 2, 3, 2... 3, 2, 1... Die Hot Chip Challenge. Ich war sehr selbstbewusst, es fing alles super an. Aber ich hab schon ein Schärferes gegessen. Ich hätte gedacht, der ist viel schlimmer. Die Rame, die ich gegessen hab in Tokio, die waren viel schärfer. Echt? Sieh mal das, Alter, ich schwirr ja komplett. Ich könnte locker 2 bis 3 essen auf einmal. Doch dann hat sich das Blatt gewendet. Ja, ich muss gleich kratzen. Viel Spaß bei der schärfsten Folge aus München. Hallo, grüß dich Chef. Hallo. Hast du noch so Hotchips hier? Was kostet einer? Sehr gut. Alles? Ja, alles. Dankeschön. Danke. Bitte. Aufpassen, dass du so. Hast du gegessen? Er hat sogar gesagt, aufpassen, sehr scharf. Es ist soweit, Ladies and Gentlemen. Wir werden diesen Hotchip essen heute. Ich sage ehrlich, wie es ist, ich habe gar keinen Bock. Also null. Wirklich gar nicht. Wir werden jetzt noch Sachen einkaufen gehen, um das so zu überleben und so einfach wie möglich zu machen. Wie viel Bock hast du, Rafa? Bro, ich kann gar kein Schaf ertragen. Ich habe gar keine Lust drauf. Ich glaube schon, dass ich Schaf ertragen kann, aber Bruder, das hat nichts damit zu tun. Es geht nur darum, um dich wert zu machen. Er hat es schon mal probiert gehabt. Er hat angefangen zu weinen, Bro, und er kann sehr gut Schafe tragen. Du weißt, was es heute für ein Tag wird, oder? Ich weiß, heute wird es unser A** rennen. Hattest du das Problem? Du hast ihn schon einmal gegessen, hast du gemeint. Ich hatte irgendwie keine Verdunungsprobleme. Okay. Ich hatte aber stark Sodbrennen. Echt? Ja. Aber das Ding ist, die Schmerzen kommen halt von den Ohren. Das ist richtig eklig. Warum machen wir das eigentlich? Das war deine Idee. Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist. Ich sage so, wie es ist. Es gibt doch bestimmt Menschen, die kriegen so Atemprobleme und so dadurch. Bro, hör auf, sowas zu sagen. Ich esse nicht. Vergessen wir das Video. Hey, 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 Bro, nein. Scheinend sollen alle Milchprodukte gegen Schärfe helfen. Hilfen. Hilfen, perfekt. Das ist ja schon klar mit den Milchprodukten, aber Butter und Sahne. Hier steht jetzt auch Kokosmilch. Ich hatte den... Oh, Kokosmilch können wir auch kaufen. Diese Edeka wird jetzt auseinandergenommen. Edeka war mal ein Mädchen. Die hat mich, Dings, so bist du von Randy und so, die ist das gerade? Ich weiß nicht, ob sie da vor. Sie wollte sich mal sehen. Wir brauchen deinen Korb. Schokomilch, Schokomilch. Ja, 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 ja. Ich habe sowas von Schiss, Alter. Ich schwöre, ich... Korb haben wir geholt. In diesem Video kann ich 5.000 Likes machen. Ich raste aus. Hier ist der Korb. Ich suche jetzt mal den Laktosefreie Milch. Laktosefreie Milch gibt's safe. Hafermilch kannst du auch einfach nehmen. Weißt du, was ich auch gerne hätte? Das klingt voll ekelhaft, was ich jetzt sage, okay? Aber ich glaube, das könnte helfen. Kennst du diese kleinen Butter? Butter? Wie so eine normale Butter in klein und die einfach im Mund und so. Ich weiß, das ist voll ekelhaft, aber in dem Moment wirst du dir denken, boah, zum Glück habe ich das. Ja, genau das habe ich gemeint. Nimm das. Nimm das, Bruder. Ich werde Schokomilch und Toastbrot im Mund gleichzeitig gebraucht. Brauchst du Para? Ich habe eh. Para, nehm er. Ich habe eh schon. Ich habe, ich habe. Nimm, 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 nimm. Ich habe, nimm, 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 nimm. Ich habe, ich habe, nimm, 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 nimm. Nimm, 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 nimm. Ich habe einen Kiosk, der hat das für 25 verkauft. Echt? Liebe Grüße gehen raus an die junge Bäckerin hier. Eine Minute 37. Grüß. Hi, wie geht's? Wie geht's, Chef? Alles gut? Aber so, der Chip ist katastrophisch hart. Ich glaube, er unterschätzt es schon. Absolut. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Stück. Ich kann auch euch einfach filmen und das Video online schon kennen. Ich würde sagen, jeder nimmt sich ein. Wie viele Skowille sind da jetzt drin? Boah, das ist, alle sind gleich. Ich glaube, am Internetstand bringen wir 1,8 bis 2,2. Auf jeden Fall wichtig. Ihr nehmt den Handschuh, macht den drauf, danach macht ihr auf und dann den Handschuh direkt, wenn ihr gegessen habt, weg. Wenn man sich auch diesen Karton anschaut, ja, der ist schon, wisst ihr, was für eine Form das ist? Ja, ja. Das ist ein Sarg. Das ist ein Sarg, genau. Versucht hier im Bild zu bleiben, okay? Ich sage, es wird eh nicht klappen. Also, das zeigt hier an, dass es immer schärfer und schärfer wird. Also, bei der ersten Minute ist es unten, bei der zweiten weiter hoch und bei der dritten ist es anscheinend die Bombe. Wie viel Skowille steht das jetzt irgendwo? Steht nicht drauf, aber so laut Recherchen 1,8 bis 2,2 Millionen. Also, umso dunkler der Chip ist, umso schärfer ist es. Das hat 1,8 Millionen bis 2,2 Millionen. Und Tabasco hat 4.000. Pew! Ich liebe Schär, aber heute, ich habe Angst, nicht von Schär vor euch, weil so einer... Ja, weil wir das so dramatisiert haben. Ich schwöre, weißt du? Echt? Und das hast du auch mir gesagt im Friedhof, weißt du? Aber wer muss wenden, auch. Ja, ja, wir machen ja so, wer zuerst trinkt, hat verloren. Und was es ist? Du bist Gewinner. Du bist einfach Gewinner. Nur Gewinner? Ja. Keine Money? Aber weißt du, was geschroft meine Mitarbeiter haben jetzt, und ich sage, morgen komm nicht rein. Okay, ich mache auf jetzt. Schau mal, was da steht. Rest in peace. Okay, aber mir ist nicht so dunkel. Zeig mal. Oder? Oha, oha, ich bin alles zurück. Oh my f**k. Jetzt gab es gleich, bro. Was? Warte, warte, warte. Riecht mal so noch der Dumbnail, Mann. Nicht dran riechen. Riecht du nicht. Dache. Tja. Seid ihr bereit? Ich bin nicht bereit. Drei. Warte mal, warte mal. Warte, 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 warte. Hast du schon dran gerochen? Nein. Riecht mal dran. Riecht mal kurz einmal dran. Nur einmal dran riechen. Warte, das ist schon hart, bro. Drei. Warte, 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 warte. Ey, musst du mal runterschlucken, oder kann man runterschlucken? Ja, ja, ja. Komm, Moment. Erst mal, komm, erst mal runterschlucken. Ja, dann erzähl. Okay, komm. Aber ich darf so schnell essen, wie ich will, und dann schluck ich einfach. Ja, ja. Drei. Warte, 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 warte. Bro. Oha, das ist so klein und das macht uns kaputt. Ja, ja. Hey, wenn nicht jetzt, wann dann? Wenn nicht jetzt, wann dann? Okay. Drei. Zwei. Boah, ey, brauch ich ja wirklich. Komm jetzt. Drei. Zwei. Eins. Aufziehen. Ist so trocken, oder? Mhm. Bis jetzt, ich sag ganz ehrlich, ist nichts passiert, aber ich glaube, Ihnen, ich schmecke schon, jemanden, der macht den Bauchdarts. Es wird gleich Kaffee. Bei mir geht's noch. Bei mir geht's noch. Bei mir ist auch perfekt. Wie gesagt, ganz ehrlich. Leg den Handschuh weg. Hey, hey, komm zurück. Komm, 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 komm. Ja, komm, komm, komm. Mein Hals, oder? Oh mein Gott, mein Hals. Also bis jetzt, ich kann noch filmen. Ich kann schon noch einer, bis jetzt, jetzt. Ich sag so, wie es ist, es kommt jetzt. Aber kommt jetzt, ja. Hier langsam, aber ich hab schon Schärferes gegessen. Mein Dings hier, mein Bart schwitzt. Schwitzt du schon? Ich hab dir gesagt, ich bin sowieso frügt nach Schafen. Das ist zu viel, Bruder. Hast du einen Timer angemacht? Wir sind bei einer Minute 30. Aber weißt du, wenn man Reis mit Essensfläche macht? Er kann sich doch unterhalten, Bruder. Ich sag so, wie es ist. Es geht eigentlich noch. Nein, nein, gut. Ich sag ja, es ist scharf, okay? Wenn ich gleich ausziehe, ist egal, gell? Egal, Bro, wir sind alleine. Ich hätte gedacht, der ist viel schlimmer. Aber Moment, wie viele Minuten? 2,38. 2 Minuten? Ja, nur Scharf, äh, die Beine. Bei mir auch, mein Mund drin. Jetzt habt ihr dritten Minute, wird schlimm. Ja, das kommt immer schlimmer, weißt du nachher. Jetzt bei mir, schau. Hey, es könnte bei mir wirklich noch 5 Stufen schlimmer sein. Wollen wir noch Karn noch checken? Karn. Ich sag so, wie es ist. Es geht. 3 Minuten 47. Wenn du so bleiben, dann ist es schlimm. Aber bei Schafen macht es keinen Spaß, wenn du esst, du nicht was dabei. Zum Beispiel mit Reis oder Fleisch oder Hähnchen, wenn du esst, dann macht er mehr Spaß. Karn, geht dir gut? Nichts. Er trinkt Wasser von euch aus der Hüte leer. Die Rahmen, die ich gegessen habe in Tokio, die waren viel schärfer. Echt? Ich habe noch nichts getrunken. Also du, ich, mein selbst noch nicht. Nein, nein, nein. Aber er ist der Soldat. Du hast gewonnen heute, ehrlich. Ja, aber es brennt echt lange, gell? Es kommt, es wird auch noch schlimmer gerade. Du bist ein Soldat, Bruder. Es ist wirklich scharf, aber... 7 Minuten 14. Ich habe dir gesagt, jetzt kann man schon was essen, Iran. Aber wie gesagt, es ist wirklich scharf, aber... Kann man überleben. Ja, ja, nicht so... Der Rahmen war heftiger. Aber weißt du warum? Es war heiß und du hast Suppe. Und diese Suppe, du musst so machen. Ja, stimmt. Das hast du schon gebrannt. Aber da geht die Schäfer auch richtig in den Hals, gell? Sieh mal, ich schwitze ja komplett. So, hier. Junge, Junge. Bei mir und bei dir wäre ein bisschen was andere. Aber schau, bei ihm ist es Kartoffeln. Er sieht auch seit der Schlägerei. Ja, ich bin komplett weg. Was ist das? Salat? Tzatziki. Tzatziki. Ich habe jetzt einen Eiswürfel gegessen. Es ist scharf, aber... Ich habe schon schärft von meinem Leben gegessen. Boah. Weißt du, was hat er gemacht, Koffer? Er hat der Tzatziki im Mund. Ich könnte locker zwei bis drei eißen auf einmal. Ja. Weißt du, was das Problem war? Das Schwierigste an dem Chip war, dass der so trocken war. Man konnte ihn nicht runterschlucken. Was machen wir? Wie viele Likes, dass jeder von uns drei isst? Ach, wie viele Likes, dass wir drei Stück essen? Ich glaube, ich muss gleich kratzen. Oh, f***. Oh, f***. Meine Hände gribbeln. So malen Schmerzen. Wenn ich blass bin, könnte ich verblass. Wo geht's los? Bring mir mal Wasser, bitte. Mir geht's gar nicht gut. Mir geht's gar nicht gut gerade. Und im Magen? Ja. So schlimm? Ja, gerade schon. Aber im Nachhinein bei dir? Ja. Warte, warte. Jetzt ist es eine Stunde her, oder? Ja, aber auch gar nicht. F***. Mir geht's gar nicht gut. Meine Hände, schau mal meine Hände an, wie weiß die sind. Ich schau mal, wie ich zitter. Hallo. Wo leg dich hin? Zwei Stunden später. Während diesem ganzen Essen von dem Chip und so, habt ihr gesehen, mir ging's gar nicht schlecht. Ich weiß nicht, was passiert ist. Wir saßen auf der Couch und dann hat mein Magen angefangen zu verdauen oder ich weiß es nicht. Ich hab die schlimmsten Bauchschmerzen meines Lebens gerade gehabt. Ich hab gedacht, ich hab die Wehen. Ich hab gedacht, ich krieg Drillinge. Ich esse nie wieder. Steht fest. Ich hör's nur noch, ah, ah, ich dachte so, hä, wo ist Randy? Ich hab einfach im Badezimmer gestreht. Ich schau so, ich hab die Toilette. Ich schau so, er liegt dort. Also bring mal Wasser an. Ich dreh einmal den Bildschirm raus, klapp ihn so raus, dass ich kurz sehen kann, wie das Licht ist. Okay. Wo soll ich so? Nee, komm hierher. Halt einfach, ich mach's schon. Okay, klapp wieder rein und bleib einfach in der Position und schau, dass die Linie grün ist. Dafür musst du gerade halten. Ich weiß, es sieht absolut dumm aus, aber wir müssen schon sehen, es macht Sinn.